Linkss! Rechts! Links! Rechts! Wir müssen aber nach links! Pause! Pause! Ach, Edi, wenigstens Pause machen ist leicht mit dir. Opa! Hä? Ich glaube wir waren schon einmal hier. Hm. 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 Oh, Dönnerschnitte! Mit viel gutes Fleisch von die Lahm! Scharf und fettig Sauce dazu! Schmeckt gut und macht satt! Was mich an dem hier so fasziniert, das sind die kräftigen Farben und das hübsche Drogo-Design. Was? Das gibt's doch nicht! Ein Bootleg? Wie können wir dich doch nicht aus dem Bootleg trinken lassen? Ich hab mein Leben noch nie aus dem Bootleg getrunken! Natürlich hat sie mir gefallen! Ist wirklich hübsch! China Swag. Merchandise braucht keine Lizenz. Flasche? Glas! Flasche! Glas! Flasche! Glas! Flasche! Glas! Zeit für ein Duell! Schmeckt mein Overbier aus dem Glas genauso lecker malzig wie aus der Flasche? Lassen wir den wahren Experten entscheiden! Und? Schmeckst du einen Unterschied? Nö! Lecker wie immer! Oberbier! Das Original! Lecker malzig aus der Flasche oder aus dem Glas! Schon probiert? Jetzt auch neu lauwarm aus dem Backofen! Und der Flasche! Nein! Ja! Ich bin der Flasche! Anime Chiquise. Keine schmeckt wie diese. Der neueste Scheiß aus Japan. 30 Euro. Eine Freundin, die nicht zurückredet? Unbezahlbar. Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Für alles andere gibt's Wai-Fu. Taxi! Oki Hallo, Oki. We've run out of figures down there. Oh, Nendrit. My favorite. Very nice, Oki. All of it, Oki. Not a world can wait, Oki. But not for its figures. Oh, hope you haven't. Oh, no. I'm going to die. I'm going to die. Vielen Dank.